Die Leute sind Mörder und rufen Mörder. Es ist ja geradezu ihr Beruf, unschuldige Menschen um ihre Ehre zu bringen. Ich habe meine ganze Kraft, meine ganze Energie da reingesteckt und ich lasse mir das nicht wieder wegnehmen. Ich habe von dir geträumt, ich habe geträumt, dass ich dich befreie. Weg vom Fenster kriegen wir uns nicht, dass wir keine Macht über unsere Seele haben. Wie kommt das, dass Menschen über andere Menschen entscheiden dürfen? Die Völker können und sollen in Fried zusammenleben! Die Völker können und sollen in Frieden werden. Die Völker können und sollen in Frieden werden. Die Völker können und sollen in Frieden werden. Tag die Völker können und sollen sie nicht verlebt haben.